Er sprach Gott auch. Oder würde ich mal Schengen sagen? Da würde ich sagen, Bravo hat sich informiert. Jetzt habe ich es kapiert. Ihr Computer, den kann ich klauen. Identification We have made a secret promise at home We have made a secret with the phone The phone, the phone, the phone, the phone Can i ask a couple of questions I'm not going to ask you to hear I'm not going to ask you all Can I ask you all To answer my questions Please ask questions You are not going to ask Untertitelung des ZDF, 2020